ok war das rathaus der wochen rathaus der hat die waage das ist ja der richter und dann wahrscheinlich der arzt der vierte ja wer passt die beschreibung vielleicht finde ich ihn in seinem haus gehen wir noch mal dahin das bürgermeisterhaus von richter da oben war ich hier schon mal drinnen wieso klaue ich die ganze zeit die milch wir haben halt auch gemütliche wohnungen das war ja auch ein teil was der in der links hat der herr ziehen gehen geheimfach auf da gibt es noch mehr der herr erkennen deine seiten wird der herr tötet sie der herr wird deine seiten erkennen der herr wird die seiten erkennen die seiten erkennen die seiten tötet sie die seiten die seiten die seiten die seiten zeigen. Vielleicht muss ich das jetzt lösen, dass ich es aufmachen kann. Ich habe ein Foto von meinem Großvater auf seinem Nachttächt. Das lässt ihn schon sehen. Okay, ja. Aber der Großvater war ja derjenige, der den den Teufel gemacht hat. Okay, über die Familienvergangenheit. Okay, hänge ich damit zusammen dran? Wir hätten ein goldenes Klo. Wenn das kein Luxus ist, war ich auch nicht weiter. Muss ich das jetzt echt zu Jack bringen? Ich kann... Oh, da ist noch die Spur. Es hat sich halt schon was getan, aber... Ich kann es anscheinend nicht öffnen, wenn ich es Jack nicht vorher gesagt habe. Ah, okay. Aber vorher... Ich möchte noch mal gucken, was die Klee gemacht. Mal den Morgans. Aber, sie spielt. Ich habe ja noch den Alkohol. Wenn ich den jetzt ins Klo kippe, was tut er da? Ich schließe wohl wahrscheinlich schon gar nichts. Hier komm. Ich muss kein guter Ort dafür. Okay. Kann es auch nicht zurückgeben. Da komm ich auch nicht ran. Kann ich eh den geben. Okay. Dann hätte ich noch mal gucken, was im Hotel passiert. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das wirklich will. Okay, er ist schon mal nicht da. Okay, er hat Essen mit ihr heute. Kann ich jetzt in die Wohnung rein? Ich meine bei ihm oben die Wohnung. Zu seiner Mamie. Sie fühlt mir, dass sie das optionale sein. Ich glaube, Ich habe ja gehört mir, dass sie das Optionale sein nicht machen muss. Ich hätte sie ja gefangen. Ich denke, ich hätte sie ja gefangen. Aber ich denke nicht, dass ich da reinkaufe. ok was wollte ich jetzt eigentlich der Richter ich wusste Jack Make-up ins Haus der wird ja noch da sein hoffe ich der ist auch weg gegangen aber wo ist er hingegangen wahrscheinlich auf die Arbeit er wird wahrscheinlich auf die Arbeit gegangen sein Polizeiwache doch Polizeiwache war seine Arbeit er war ja Detektiv oder ist würdest du die Tür aufmachen danke wenn wir die reden ja was ist er noch hin ja was ist er noch hin wie ist er noch hin ich verstehe ich verstehe wie du zwei Tage hier mit dem Mann Ja, das war noch spannend. Das war eine Situation von einer Art. Was bedeutet das? Ich bin nicht sicher, was genau passiert ist, aber sie glauben, dass es eine Terroristische Anfrage war. Sie haben Pohlen in der Wasserstoffe und ein paar andere Beispiele, die sich an etwas wie das. Jesus. Sie haben die ganze Stadt evacuiert, und die Worte ist, dass einer der Busse für die Evacuation ist. Also, es könnte sein, dass die Terroristische und sie haben die Gefangenen. Sie haben eine Idee, woher? Nein. Sie sind immer noch auf uns. Es ist möglich, dass es sogar so ist. Wenn sie es nicht bald finden, ich bin sicher, dass sie hier die Suche werden. Sie sind bereit, um bald zu teilnehmen. Aber wir haben wirklich nicht die Macht, um irgendwelche Suche zu machen. Ich bin sicher, dass einige der Stadtverlangen sicherlich helfen. Ich versuche den Regier zu helfen. Ich versuche den Regier zu helfen. Der Regier? Du denkst wirklich, dass er etwas tun kann? Ja. Ich bin sicher, dass er uns ein Regier zu helfen kann. Ich habe bereits nach der Stadtverlangen, aber es scheint, dass er für eine Camping-Trip ist. Als er zurückkommt, werde ich ihn fragen. Hallo. Hallo. Hallo, Lucius. Okay. Ich denke, wir sind hier fertig. Wie geht's mit dem anderen Fall? Welchen? Die Frau. Oh, ja. Es gab eine Frau in der Motel, aber sie war nicht ganz gut in der Beschreibung. Ich werde das wieder nachschauen, um sicher zu sein, nachdem ich mit diesem Paperwerk fertig bin. Ah! Da sind wir wieder bei dem Mädchen. Okay, Jack. Du machst das. Wahrscheinlich so fähig zu sein, Herrmann. Also er ist schon ein bisschen mehr fähig, wie unser Kollege. Mein Vater diskriminiert Leute nicht aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung. Oh Gott, das ist der. Nein! Sonst finde ich irgendwie cool. Okay, ja, vielleicht... Ja, vielleicht haben die sich hier sehr, sehr gemocht, die zwei. Wer weiß. Und sind die zwei genau. Nice. Ja. Ja, das wollten wir ihn ja eigentlich fragen. Sag mir, was das heißt. Das frage ich dich. Okay. Schule und bei mir zu Hause. Ich... Da war ich noch gar nicht. But wait. Ach so, war ich nicht gemeint. Ich war auch noch nicht bei dem Anwesen. Stimmt. Ich gehe erstmal da hin. Weil, weil da war ich noch nicht. Aber damit ich einfach den Punkt habe, um wen ich mal gucken will. Ähm. Wo hole ich eigentlich hin? So. Wollen wir einen Feder füllen? Finden wir hier irgendwas? Hier ist ja nicht mehr viel übrig. Die haben hier alle so fancy Häuser, die paar Leute, die hier wohnen. Ich weiß nicht, wie die alle hier Geld verdienen. Die sehen halt nämlich nicht teuer aus. Ja. Irgendwo dann schon frech, was nützlich ist. Verborgen. Wo würdest du hingehen, Junge? Würdest du bitte einfach... vor sowas. Ja. Sieh aus. congen. Ich schaue den Nach... Quellen Sie sich Departmentigern? My. Die Nachmittag. Ich schaue den Nachmittag. Ich schaue den Nachmittag. Wo wird es hier neben dir. Ich schaue den Nachmittag. Flashbacks. Ah, hier war dann das Zimmer wahrscheinlich? Wohnzimmer? In die Treppe komme ich noch nicht hoch. Eher weniger. Ah. Konzentrieren. Und jetzt? Ja, dann nehme ich an, dass ich doch da hoch muss. Ja. 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 gegen ihn. This guy was called Lucifer. Lucy Boy was so fierce and determined that he managed to gather a great following among his brothers and almost managed to overthrow the guy with glasses. The creation had become so powerful that a weapon had to be made to contain them. He created a small dagger. He used this dagger to cut the wings off all those who took their step against him and cast them down to the abyss. Devastated about the whole incident, he sorta gave up on us angels and decided to create something new and better. So he created man. And he told the remaining angels to protect the man from any danger. I guess he was talking about Lucifer and things along those lines. Be their guardians, he said. Well, it wasn't long before the bearded man met someone and they got married and had a kid. They named this kid Jesus, but I always knew him as Jesse. So for some reason he thought it would be a good idea to send this kid to earth to spend some time with these creations he had. Long story short, Lucifer found out about this and used the very same dagger he was hurt with to kill the kid or something along those lines. I can't remember if he actually gave the dagger to someone else so they could use it or managed to talk one of the followers to double cross him so he helped. Yeah. I really don't remember. It's been like 2000 years. Anyway, this dagger then fell into the hands of the humans and has been circulating somewhere over here ever since. After that, the bearded man has been pretty heartbroken and really hasn't been able to forgive the humans. There were dark ages and crusades and all sorts of horrible stuff. And that's when he came up with this whole plan about the rapture. What the fuck? The first one. I think the council of angels who don't really agree with him. I think the human race deserves one more chance. And I'm sure we could convince him once he calms down and stops blaming them for his son's death. The thing is that Lucifer is also very excited about this and is doing everything in his power to fuel the anger, making all this possible. I think he has managed to manipulate the whole situation so that he can get his vengeance. So first, we would need to stop him. But there's only one thing that can hurt him in this world. A very special weapon. I think you might know this weapon. And I think you might know where it is. I think you might know where it is. I think you might know where it is. This weapon is the only thing that can destroy Lucifer. Oh. No, Gabriel is just right there and tells me. Ouch. I'll take it that you are not ready to process all of this yet. Just like your father. You told me that I should do my father. Of course, I don't think that's it. Well, we will see if we can still change your mind. Maybe that detective of yours could help me persuade you. But I like Gabriel. I'm like, yeah. I have actually a job. I'll explain it to you. But so really... ...anstrengend do I not. It's just not my job. I'm just here because someone told me that it must be here. I will take out of my life. What do I need to take off of that? I will take that with me. I will take that with me. Oh, no. Here I can take that off. Or do I? No, a piece of paper, I'm not sure. No, it's not a piece of paper. How do I get that? How do I get that off? I get that off? No, no. I get that off? Is that off? Yeah. So crap, it's just so fun. I have at the beginning a bit of this, um herauszufinden, was eigentlich der Plan ist. Also langsam fühle ich, was hier los ist. Das war's für heute.